Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. So, letzte Folge haben Grimoire und Lafisette rausgefunden, dass in dem Buch wohl Kinderzählreime stehen, die aber mehr Aufschlüsse rübergeben über das, was wir wissen wollen, als Lafisette zuerst gedacht hat. Der war nämlich schon etwas enttäuscht. Ja, und was die beiden rausgefunden haben, ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an oder hören wir uns jetzt mal an. Okay. Well, any results? Yes, well, thanks to the boy here. As it turns out, he has quite the knack for languages. Haha, only because I've got the best teacher. Careful, honey tongue, you'll give this old girl ideas. Huh? Now, child, I'm sure they're curious about the song we unearthed. Why don't you read it aloud? Yes, teacher. Song? Eight-Headed is the lord of the land, with seven mouths to devour malevolence, through pulses of earth doth base nature's flow, as he awaits the time of awakening. Four Empyreons may tear him asunder, but so long as there is one receptive to divine power, Therians shall be forever reborn, in sight of the full Crimson Moon. The nameless Empyrean hath one heart. The nameless Empyrean hath one body. Therians? Essentially, this ancient text you've found, is an annotated volume of drawings and songs pertaining to Enominat. Annotated? Then hurry up and just tell us what it means. I'm sorry. So far, we've only figured out how to read the song lyrics. All right. I take it we're still in for a good long wait before it's thoroughly decrypted. Likely so. But if we want to find out what the Abbey is up to, we need to know what's in this book, no matter how long it takes. Hmm. What the Abbey's up to, is it? I think we can learn much, even from the lyrics alone. The drawings depict him with eight heads. One of them belongs to his main body, but the other seven are his mouths. Those mouths consume malevolence, sending it along Earth pulses, back to that main body so he can awaken. The seven monsters fitting that description are called... Therians. Right. Now as for this malevolence, I have no idea what that means. Hmm. What about the second part? I haven't studied much ancient history, but it's said this world was created by four Empyreons. Earth, water, wind, and fire. But they also call Enominat an Empyrean. Perhaps a war broke out between Enominat and the other Empyreans that resulted in him being sealed away. But if there is someone to connect with this divine power, the Therians will keep spawning. And just like that, Enominat will be revived. If we assume that Shepard Artorias fits that bill, and that he's trying to reawaken Enominat, everything lines up. Which means our job is to find these Therians and cut off Enominat's heads, so to speak. But where do we even start looking for them? Remember, the song states that the Therians and Enominat's body are connected through Earth Pulses. If their job is to feed Enominat, the most effective place to position them would be at the Earth Pulse points. Points? The place is where the power of Earth Pulses is concentrated. Places with that sigil. Hey, remember the barrier that was keeping this bug in the forest? Wait, are you trying to say that thing's a Therian? And yet, it would explain why the Abbey was keeping it locked up. And there was that same barrier at the Villa, too. That's right. Do you suppose that was also a Therian? Does that mean the Therians all come in different forms? Should we go to Logras and check? We've just started deciphering the book. I'd hate to lose time on some fool's errand. I'd rather know at least a little more about what's in it before we make a move. Hmm. Something bothering you, Grimm? This line. The one about Therians being forever reborn. I just felt the same thing as I did in Warg Forest. The Needle's pointing in the direction of Amanoch's temple, Palamedes. Do I recall hearing that the Abbey took that over? Temples and ritual sites are often built on places thought to be rich in spiritual energy. Could the temple possibly be an Earth Pulse Point? There's lots of Earth Pulse Points scattered all over the world. If there's only seven Therians, most of them will be empty. It's not like we have any better leads. If there's even a chance, shouldn't we go check it out? Better than sitting around waiting on the book. If nothing else, we'll find out what Lofizet is sensing. Hmm, just a theory, but if you were to kill a Therian... What? Hmm, I guess there's only one way to find out. Never mind. Good luck out there. Ja, Velvet ist auch ein Therian. Das heißt, sie erweckt Enominad wieder mit weiteren anderen. Hmm. Ich werde die Entzifferung selbst fortsetzen. Ihr anderen solltet im Tempel nach Hinweisen suchen. Nur so werden wir der Wahrheit einen Schritt näher kommen. Okay, okay. Was das jetzt wohl auf eine Auswirkung auf Velvet hat, das lässt sich momentan relativ schwer sagen. Wo müssen wir jetzt hin? Ähm, wahrscheinlich da rechts hin. Ja, das Tor ist jetzt zugänglich. Eieieiei, eieiei, eiei, eiei. Deut? Who are you? The Innkeeper's daughter. I just... I happen to overhear you all talking about going to Palamedes and... Ich bin Elinor Hume, ein Exorcist mit der Abbey. Ich bin Elinor Hume, ein Exorcist mit der Abbey. Ich bin Elinor Hume, ein Exorcist mit der Abbey. Ich bin Elinor Hume, ein Exorcist mit der Abbey. Ich bin Elinor Hume, ein Exorcist mit der Abbey. Ich bin Elinor Hume, ein Exorcist mit der Abbey. Die Abbey gar nicht so ein toller Verein ist, nenne ich es jetzt mal recht abwertend. Ich bin Elinor Hume, ein Exorcist mit der Abbey. Ich bin Elinor Hume, ein Exorcist mit der Abbey. Aber etwas sagt mir, dass die Abbey will mich zum gleichen Besten. Und so hast du keine Chance für uns liebte? Genau. Und was hast du, wenn diese Wahrheit nicht mit dem, was du glaubst? Ich glaube noch nicht. Ich bin Elinor Hume, ein Exorcist mit dem, was du glaubst. Ich bin Elinor Hume, ein Exorcist mit uns. 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 Ja, für heute. Hey, ich kann dir etwas fragen? Was ist das? Es ist das? Es ist das Thema? Ich habe die Therien. Ich habe schon gehört, dass du dich einen Therien anstattest. Nein, überhaupt nicht. Wenn du keine Angst hast, dann auch ich. Ich bin mit Freak. Aber ist das wirklich der Grund, dass Serious mich entschieden hat? Velvet ist immer auf die Frau Elinor. Sie sind total opposiert. Ich weiß, dass sie manchmal clash werden, aber Velvet nimmt es zu weit. Du glaubst, sie sind total opposiert? Wenn Madame Elinor ist eine White Lilly, dann Velvet ist eine Black Rose. Wenn Madame Elinor ist eine Soaring Pegasus, dann Velvet ist eine Wolf in the Shadows. Wenn Madame Elinor ist eine Spaghetti Carbonara, Velvet ist Squid Inkdoodles mit Seaweed. Ich verstehe nicht, aber ich glaube, ich verstehe. Ich bin sicher, dass du verstehst. Die beiden haben nichts in common. Und weil sie nichts in common sharen, sie haben nichts in common, sie kämpfen jetzt nicht nur noch nicht. Nun, sie haben beide schönes Haare. Okay. Aber wir sprechen ein Noble Exorcist und ein Dämon. Elinor manchmal tritts dich cold. Und Velvet hat mich mehrmals geholfen, und Velvet hat mich mehrmals geholfen. Das bedeutet, sie sind beide Motivationen von anderen. Wie ist die Bezüge und Talkative Madame Elinor wie die Bezüge und Talkative Madame Elinor ist alles gleich wie die Brüder, Tacitur Velvet? Sie beide sprechen mit mir, wenn es nur die beiden zusammen ist. Sie sind nur die Bezüge. Sie sind nur die Bezüge. Ich sage nur was ich, was ich habe. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Was ein Chaos. Ja, ich bin wirklich gespannt, was Elinor machen wird, wenn sie merkt, dass die Abtei eben wirklich gar nicht unbedingt so die nobelen Grundsätze verfolgt. Natürlich ist es nicht schlecht, die Menschheit vor der Dämonenpest zu retten, aber ja, mit welchen Mitteln? Gut ihr Lieben, ich würde an dieser Stelle sagen, für heute war es das. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen und Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Und dann gehen wir der Sache mal näher auf den Grund. und schauen mal, ob wir die Priesterin und ihre Tochter finden können. Also dann ihr Lieben, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.